RTL 2 empfiehlt, den Act of the Month. Connor Maynard. Was ist alles? Es ist Connor Maynard! Der heißeste Newcomer 2012. Ich gebe die Menschen, die Menschen. Freiheit! Wie würde ich mich beschreiben? Ich habe immer nicht wirklich zu ernst genommen. Die YouTube-Sensation hat auch Deutschland im Sturm erobert. Ich bin naked! Sein Album Contrast entstand in Zusammenarbeit mit Künstlern wie Nio und Pharrell Williams. Er wird die Popwelt mit seiner sensationellen Stimme auf den Kopf stellen. Connor Maynard. Ich bin besser von Neumruffierl. Musik 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 Musik